Schon sehr bald demnächst werden ja jetzt die Oscars verliehen und im Zuge dessen werden wir Magnolias und Magnolios eine Parkstraße und Schlossallee Red Carpet Party feiern. Und da kommt ihr ins Spiel und zwar dürft ihr mir helfen zu entscheiden, was ich an dieser Party anziehen soll. Das Ganze wird folgendermaßen vonstatten gehen und zwar werdet ihr gleich die Möglichkeit haben, drei Videos mit drei Outfits anzuschauen, die ich für euch zusammengestellt habe. Und wenn euch ein Outfit gefallen hat, dann gebt ihr dem Video einfach einen Daumen hoch. Und somit beginnt dann auch schon das Voting und zwar welches Outfit dann am 21. Februar die meisten Daumen nach oben hat, das werde ich dann an der Parkstraße Schlossallee Red Carpet Night tragen. Falls ihr euch diese Videos an eurem Handy oder eurem Tablet anschauen möchtet, dann schaut einfach in die Infobox, da habe ich nämlich die Links für euch. Alle anderen, die am PC zuschauen, die können natürlich einfach auf den Bildschirm klicken dann. Außerdem wird es eine Playlist geben, in dem andere coole Leute genauso wie ich ein interaktives Outfit Video für das Red Carpet Event gemacht haben. Und das verlinke ich euch mal hier unten irgendwo. Und ansonsten könnt ihr eigentlich jetzt sofort anfangen. Und zwar verlinke ich euch hier oben das erste Outfit, hier das zweite und hier das dritte. Einfach auswählen, wa? Los. Ihr wisst schon, dass ihr klicken müsst, ne? Klick. Ja, okay, ihr könnt auch in die Infobox gucken, das lasse ich noch so durchgehen und so, aber ihr solltet jetzt wirklich klicken. Auf. Auf. Go. Go. Na komm schon, auf. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Auf.